Ein Live-Profil einrichten. Das Live-Profil ist Ihr persönliches Tor zu Windows Live. Von hier haben Sie Zugang zu allen Diensten und hier können Sie die anderen Nutzer treffen. Bitte planen Sie für dieses Lernmodul ein Zeitfenster von ca. 8 Minuten. In diesem Modul erfahren Sie mehr über die Einrichtung eines persönlichen Live-Profils, weiter mehr darüber, wie Sie ein persönliches Netzwerk einrichten und welche Sicherheitseinstellungen den Schutz Ihres Live-Accounts gewährleisten. Ein persönliches Portfolio. Neben all den Daten und Zugängen, die Sie in Windows Live verfügbar machen, möchten Sie sich auch persönlich präsentieren. So geht es auch der Lehrerin Daniela K. Wie aber erstelle ich ein Profil? Nutzen Sie dazu folgende Optionen. Die Profilseite in live.com hat zahlreiche Eintragsrubriken, in denen Sie persönliche Angaben und Vorlieben angeben können. Über den Befehl Personen hinzufügen, laden Sie Personen ein, Ihrem Windows Live-Netzwerk beizutreten. Und Hilfe beim Einrichten eines sicheren Passwortes erhalten Sie unter account.live.com. Das Tor zu den Live-Diensten. Auf Ihrem Live-Profil können Sie alle Teilnehmer über Ihre Person informieren. Fotos, Mitteilungen, die Angabe von Interessen und vieles mehr machen aus Ihnen eine echte Online-Persönlichkeit. Fassen wir zusammen. Jeder Nutzer kann sich mit einer Windows Live-ID ein eigenes Live-Profil einrichten. Dem Profil lassen sich persönliche Statements, Interessenangaben und Bilder hinzufügen. Und zahlreiche Sicherheitseinstellungen gewährleisten den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit dem Lernmodul Ein Live-Profil einrichten.